Frau Lüß, Sie haben mit der Biologin und Nobelpreisträgerin Prof. Christiane Nüßlein-Vohlhardt über die Geschlechtervielfalt gesprochen. Und sie behauptet, alles Unfug, es gibt nur weiblich und männlich und nichts Diverses. Schauen wir uns mal an, was sie dort sagt, bevor wir beide weitersprechen. Viele Geschlechter, alles Unfug, behauptet Prof. Christiane Nüßlein-Vohlhardt. In der aktuellen Ausgabe der Emma. Und sie sollte es wissen. Denn sie ist ein wissenschaftliches Schwergewicht. 1995 wurde die deutsche Biologin mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Und nun macht sie in einem Interview klare Aussagen. Es gibt Menschen, die wollen ihr Geschlecht ändern, aber das können sie gar nicht. Sie bleiben weiterhin XY oder XX. Menschen behalten lebenslang ihre Geschlechtszugehörigkeit. Aber sehen das eigentlich alle so? Also ich höchstens drei Geschlechter, weil manche haben ja irgendwie, ich weiß nicht, ich kann es nicht erklären, aber ich glaube entweder zwei oder drei. Aber in manchen Fällen sind es divers halt. Aber ja, sonst halt nur Mann und Frau. Äh, Mann und Frau. Und gendern finde ich unmöglich. Für mich reicht's. Naja, es kommt ganz drauf an. Also biologisch gesehen gibt es Mann und Frau. Aber geschlechtsmäßig, also gibt's ja viele verschiedene Formen. Aber was ist, wenn man sich anders fühlt? Der Querbeauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann, hatte eine eigene Meinung. Der Ansicht zu sein, dass es zwei Geschlechter gebe, ist unwissenschaftlich. Es gibt viele Geschlechter. Künftig sollen alle Jugendlichen ab 14 ihr Geschlecht daher selber bestimmen können. Nobelpreisträgerin Christiane Nüßlein-Vohlhardt hält das für völlig unangebracht. Das ist Wahnsinn. Mit 14 sind ganz viele Mädchen in der Pubertät unglücklich. Der Gesetzgeber kann gar keine Geschlechtsumwandlung ermöglichen. Er sagt nur, diese Frau darf ab jetzt behaupten, sie sei ein Mann. Und umgekehrt. Die biologischen Grundlagen sind absolut nicht zu ändern. Bereits vor wenigen Wochen hat die Absage eines Vortrags über das biologische Geschlecht für Aufregung gesorgt. Als die Biologie-Doktorandin Marie-Luise Vollbrecht an der Humboldt-Universität in Berlin in der Nacht der Wissenschaften einen Vortrag zur Zweigeschlechtlichkeit halten will, gibt es Proteste. V.a. in den sozialen Medien stoßen die Fronten aufeinander. Die Uni sagt den Vortrag schließlich ab. Die Begründung? Sicherheitsbedenken. Die Proteste haben Wirkung gezeigt. Wer heute behauptet, es gebe nur zwei Geschlechter, muss mit Gegenwind rechnen. Frau Lewis, das Interview, das Sie geführt haben mit einer Biologin, muss man dazu sagen. Aber es gibt ja auch durchaus eine psychologische Komponente. Wie ist Ihre Ansicht? Naja, also um erstmal auf das zu kommen, was die Frau Nüßlein-Vorleit gesagt hat. Ich bin natürlich auch der Ansicht mit, ich glaube, 99% der Bevölkerung, dass es zwei biologische Geschlechter gibt. Darüber hinaus gibt es, was die junge Frau da gerade so schlecht erklären konnte, gibt es intersexuelle Menschen. Menschen, das sind Menschen, bei denen aufgrund einer körperlichen Abweichung die Geschlechtsmerkmale von beiden Geschlechtern sich sozusagen ausbilden. Da haben wir aber auch wieder nur die beiden Geschlechter und kein drittes oder vier oder fünf oder 28. Was es natürlich gibt und was wir nicht verwechseln dürfen ist, es gibt natürlich unendlich viele soziale Geschlechter. Also es gibt unendlich viele Möglichkeiten, mit diesem biologischen Geschlecht was zu machen. Also das heißt, eine Frau kann Barbie sein, sie kann aber auch Kfz-Mechanikerin sein, um jetzt mal im Klischee zu sprechen. So, und wir Feministinnen sagen eben, wunderbar, liebe Frauen und natürlich auch liebe Männer, guckt einfach, welche Frau, welcher Mann ihr sein wollt. So, warum sagt jetzt Herr Lehmann, es gibt so viele Geschlechter? Weil er dieses Narrativ von diesem, es gibt so viele Geschlechter und jeder kann sich sozusagen seins aussuchen, benutzt, um das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz durchzubringen, das also demnächst vorgeschlagen und dann auch irgendwann in Kraft treten soll. Und dieses Gesetz besagt, jeder Mensch soll einmal im Jahr auf dem Standesamt sein Geschlecht ändern können. Also das heißt, ich könnte dann zum Standesamt gehen und sagen, ich war bisher Chantal, aber ab morgen bin ich Daniel und das muss so akzeptiert werden, das darf auch nicht hinterfragt werden. Und da sagen wir, Moment mal, da haben wir ein Problem. Mal unterm Strich, wir haben vorhin am Anfang der Sendung, ich weiß nicht, ob Sie es da schon mitbekommen haben, auch über die Ravensburger Verlag gesprochen und die Jen Rai und Vogue und Indianer, soll man nicht mehr sagen. Hier haben wir die Geschlechterdebatte über Transsexualität. Machen wir uns das Leben unnötig schwer oder müssen wir auf all die ja doch Minderheitenbelange eingehen, auch als Mehrheit? Natürlich. Ich möchte ganz klar sagen, wir sind selbstverständlich, und das ist die Frau Nüßlein-Vollart auch, dafür, dass Menschen, die wirklich therapeutisch abgeklärt transsexuell sind, selbstverständlich in ihrem Wunschgeschlecht leben können. Nur sagen wir eben, es gibt, wenn wir dieses Selbstbestimmungsgesetz als hätten zwei Probleme. Das eine Problem ist, wir haben in den letzten Jahren einen unglaublichen Anstieg von Jugendlichen, die von sich denken und behaupten, sie seien nicht binär oder transsexuell oder sonst irgendwas. Und es liegt auf der Hand, zehnmal so viele Mädchen wie Jungen tun das, es liegt auf der Hand, dass wir da es nur mit einer Abweichung, mit einem riesigen Unbehagen der Geschlechterrolle zu tun haben. Und was wir da tun müssten, finde ich, ist diesen Mädchen, aber auch den Jungs zu sagen, ihr könnt auch, wenn ihr, also bei den Mädchen Fußball spielt, wenn ihr kurze Haare habt, wenn ihr nicht in die Form passt, wenn ihr nicht in das reinpasst, was ihr bei den Influencerinnen vorgelebt kriegt, seid ihr trotzdem richtige Mädchen. So. Und was aber passiert ist, dass ihnen suggeriert wird, ah, du passt nicht ins Schema, dann bist du wohl trans. Und das Riesenproblem, das wir dann haben, ist, dass als nächstes, und das haben wir in Deutschland schon, diese Kinder sehr früh mit Pubertätsblockern behandelt werden, deren Spätfolgen überhaupt nicht erforscht sind, dass sie ab 16 schon mit Hormonen behandelt werden dürfen, die ebenfalls irreversible Folgen haben. Und da sagen wir eben, Entschuldigung, es kann nicht sein, dass ohne, dass da therapeutisch ganz genau geguckt wird, diese Jugendlichen, denen sozusagen auf dem Silbertablett präsentiert wird, für alle deine Probleme, die du in der Pubertät hast, gibt es die Lösung, du bist trans. Das ist Problem Nummer eins. Problem Nummer zwei ist, wenn sich jeder Mann einfach so zur Frau erklären kann, dann hat das Auswirkungen auf geschützte Frauenräume. Sie haben dann also zum Beispiel einen, ich sag jetzt mal, 1,90 Meter großen biologischen Mann, der in einer Frauendusche sich aufhält, mit seinem noch vorhandenen Geschlechtsorgan. Wie wirkt es auf kleine Mädchen? Wie wirkt es auf Frauen, die vielleicht mal sexuelle Gewalt erfahren haben? Es haben sich in den letzten Tagen auch schon Juristen zu Wort gemeldet. Die mit Sexualstraftätern arbeiten. Und die sagen, das eröffnet sozusagen eine unglaubliche Möglichkeit des Missbrauchs. Weil ja ein Mensch, die so viel Energie hat, natürlich das nutzen kann, um zu sagen, ich erkläre mich jetzt zur Frau. Das sind die Probleme, die wir haben. Also wir reden nicht nur über ein bisschen Gendern oder so, sondern wir reden hier von Jugendlichen, die unter Umständen irreversible körperliche Schäden davon tragen. Großes Problem. Gut, dass Sie darauf hingewiesen haben. Vielen Dank, Frau Luis. Ciao. Sehr gerne. Boirloo. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020